Hallo liebe Kinder, heute möchte ich mit euch ein Spiel spielen und zwar Hallo Herr Krokodil. Ich weiß, dass er das immer ganz gerne spielt im Morgenkreis und deswegen wollte ich das jetzt mal auf Video aufnehmen, damit wir das auch zu Hause spielen können. Okay, fünf Äffchen, fünf Äffchen sitzen auf ihrem Baum am Fluss und rufen herunter zum Fluss. Hallo Herr Krokodil, du kriegst uns nicht, du kriegst uns nicht, da kommt das große Krokodil und schnackt. Jetzt sind es nur noch vier Äffchen, die sitzen oben auf ihrem Baum am Fluss und rufen herunter. Hallo Herr Krokodil, du kriegst uns nicht, du kriegst uns nicht, da kommt das große Krokodil und schnackt. Jetzt sind es nur noch drei Äffchen auf ihrem Baum am Fluss und die rufen herunter, so laut sie können. Hallo Herr Krokodil, du kriegst uns nicht, du kriegst uns nicht, da kommt das große Krokodil und schnackt. Jetzt sind es nur noch zwei Äffchen, jetzt sind es nur noch zwei Äffchen, die sitzen auf ihrem Baum am Fluss und rufen herunter. Hallo Herr Krokodil, du kriegst uns nicht, du kriegst uns nicht, da kommt das große Krokodil und schnackt. Jetzt ist es nur noch ein Äffchen auf dem Baum am Fluss und auch dieses Äffchen ruft herunter. Hallo Herr Krokodil, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, da kommt das große Krokodil und schnackt. Jetzt ist kein Äffchen mehr da, das Krokodil schwimmt mit seinem dicken Bauch auf dem Fluss und auf einmal kommt ein Vogel anflogen. Setzt sich beim Krokodil auf die Nase und beginnt das Krokodil zu kitzeln, bis das Krokodil niesen muss. Da laufen alle Äffchen wieder raus, klettern auf den Baum und sind in Sicherheit. Puh, das war knapp. Tschüss Kinder!